Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das heißt, wir sind wieder beim Adventskalender. Heute ist ja der erste Tag, da ist das erste Türchen. Mal gucken, wenn das jetzt gleich aufgeht. Wir müssen uns noch warten, weil die Loxonstreuer sagte irgendwann, wann es losgehen soll. Dann müssen wir mal gucken, wann das losgeht. Es kann aber auch sein, dass es einmal wieder zugeht. Ja, dann kriegt keiner was. Oh, da ist es auch gegangen. Mal gucken, was da drin ist. Wow, 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 wow. Hier sind auch feine Sachen drin. Hier haben wir eine Round-Bastler-Tasse, eine Loxonen-Fernbedienung, Remote Air. Hier haben wir einen Yukari XXL-Kabelabmantler für tiefe Schalterdosen, damit man auch schön tief reinkommt. Wir haben hier von Knipex einen Elektronikseitenschneider, wunderbar für Bausätze. Und haben von Viha einen Elektroschraubendrehersatz. Da wollen wir mal gucken, wer alles von euch davon was gewonnen hat. So, da wollen wir mal gucken, wer es gewonnen hat. Und zwar haben wir hier so ein Tool, wo wir auslesen können, wer richtig kommentiert hat. Und zwar suchen wir ja unter dem entsprechenden Video, das Intro-Video. Suchen wir jetzt mal nach Adventskalender. Hashtag Adventskalender. Dann gucken wir mal, wer den Viha-Schraubendrehersatz gewonnen hat. Pick a winner. Den hat Kati Korrek gewonnen. Dieses Jahr mache ich meinen Abschluss in der Holztechnik. Heute muss ich euch aber ein Geheimnis verraten. Eine wahre Leidenschaft ist Kabel ziehen und Kabel beschriften. Mein Papa findet das gar nicht toll. Deshalb helfe ich jedes Wochenende meinem Schwager, der totaler Fan von Non-Round-Bastlern ist. Und gerade sein Haus mit Loxonen baut. Never ending story. Da ich arme Schülerin bin, die sich kein Weihnachtsgeschenk leisten kann, hoffe ich hier ein schönes Geschenk für meinen Schwager zu gewinnen. Was ist dieses Hashtag MSG und Hashtag BSG? Hashtag Adventskalender. Ja, schon mal vielen Dank. Und zwar, was das ist. Hashtag MSG. Das heißt, mach's schwer gut. Das ist ja mein Abschiedsgruß. Und Hashtag BSG heißt, bleib schwer gesund. Daher kommen die. So. Jetzt gucken wir mal, wer den Knipex kleinen Elektronikseitenschneider gewonnen hat. Den hat Vierli gewonnen. Geile Sache, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Ich bin gespannt, was der Weihnachtsmann dieses Mal alles in den Türchen versteckt hat. Danke für die Mühe, die euch täglich macht. So etwas ist nicht selbstverständlich. Weiter so. Hashtag MSG, Hashtag BSG und Hashtag Adventskalender. Schon mal vielen Dank. Und dann gucken wir mal, wer den Jokari Abmantler gewonnen hat. Den hat Ronny Cornelius gewonnen. Alle Jahre wieder eine Freude, euren Hashtag Adventskalender zu sehen. Hashtag MSG. So haben wir die Allround-Bastler-Tasse gewonnen. Der Roland Schneider gewonnen. Hashtag Adventskalender. Super Sache. Immer wieder top. Und dann haben wir noch die Loxone Remote Air Fernbedienung. Gucken wir mal, wer die gewonnen hat. Die hat Daniel Pensenauer gewonnen. Hashtag Adventskalender. Eure Schauspielkünste werden immer besser. Musst ihr gerade richtig schmunzeln. Danke für eure tollen Videos. Und macht weiter so. Hashtag MSG Daniel. Ja, liebe Gewinner. Geht auf unsere Homepage. Geht auf das Kontaktformular. Und dann tragt bitte ein eure Adresse. Wo wir die Sachen hinschicken können. Euren YouTube-Namen. Und den Tag, wann wir euch gezogen haben. Bitte tragt das da schön ein. Und dann schicken wir euch dann die Gewinne zu. Schon mal vielen Dank. Und dann gucken wir mal, was morgen alles gibt. Macht's schwer gut. Ciao. Ciao.